Hallo, heute möchte ich Ihnen eine Ergänzung aus der Fischer Highbound-Familie vorstellen. Das Highbound-System wird zum Beispiel zur Montage von Geländern, Treppen und Fassaden verwendet. Es erreicht höchste Lastenwerte im gerissenen Beton. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und deutlich kleinere Ankerplatten benötigt. Der Injektionsmörtel FISHB und die Patrone FHB2P haben die gleiche Leistungsfähigkeit und Leistungsmerkmale und können jeweils mit der Ankerstange FHB2AS verarbeitet werden. Die vorportionierte Mörtelpatrone FHB2P oder PF ist nun die wirtschaftliche Lösung für Einzelanwendungen. Eine Bohrlochreinigung mit Verwendung dieser Patrone entfällt. Die spezielle Rezeptur dieser Patrone ermöglicht eine besonders schnelle Aushärtung und eine einfache und wartezeitfreie Montage, auch unter Wasser. Diese Patrone erhalten Sie passend zu den Ankerstangen in den Abmessungen M8x60 bis M24x210. Die190-Quindezes Herr, polish. Die 100-Quindezes